Hi, mein Name ist Marco Lorenz. In diesem Video möchte ich dir zeigen, was das Silber- und Gold-Membership ist und welchen Vorteil du davon hast. In diesem Video erkläre ich dir, was das Silber- und Gold-Membership genau ist und welche Vorteile du davon hast. Also wie du weißt, produziere ich im Brainwave 3D-Shop regelmäßig neue Frequenzen, aber fokussiert auch auf Upgraden der alten Frequenzen, weil ich immer neue Technologien mitentwickle, das Ganze verbessere, musikalisch nochmal optimiere und so weiter. Also Brainwave 3D heißt, es ist nicht nur eine Frequenz, die einfach so einmal existiert und dann für immer so sein wird, sondern es wird immer eine weitergehende Optimierung sein. Und um dir Geld zu sparen, habe ich das Silber- und Gold-Membership im Shop eingeführt, damit du bei den ganzen Upgrades, die kommen, nicht immer alles neu kaufen musst. Und dazu gibt es eben das Silber- und Gold-Membership. Ich fange am besten mit dem Silber-Membership an und dann gehe ich gleich rüber zum Gold-Membership und erkläre da die Unterschiede. Also das Silber-Membership gibt es verschiedene Laufzeiten. Momentan ist es 12 Monate, 24 oder 48 Monate und mit diesen drei Varianten, das ist kein Abosystem, sondern das ist einfach, du kaufst ein Paket und in diesem Zeitraum hast du halt einfach einen gewissen Rabatt für Frequenzen, die du im Shop kaufen kannst. Beim Silber-Membership hast du 15% Rabatt auf alle Frequenzen und auch auf die ganzen Live-Seminare. Zusätzlich bekommst du, wenn deine 12 Monate ablaufen, einen Gutschein und dieser Gutschein beinhaltet 30% Rabatt, falls du verlängern möchtest, also nochmal verlängern das Silber-Membership. Oder du möchtest upgraden auf Gold-Membership, da kannst du mit dem Silber-Membership dann dir 30% Gutschein holen, also der ist dann inkludiert für das Upgrade auf die Gold-Membership. Dieser Gutschein, den bekommst du, nachdem du den Silber-Membership gekauft hast, bekommt man einen Download und dann kriegst du ein Zertifikat und in diesem Zertifikat ist dann rechtsseitlich der Gutschein drin. Gut, was gibt es noch für Vorteile? Also es ist kein Abo-System, du kriegst immer die aktuellste Frequenz-Technologie, für den Fall, dass du die Frequenz mal erworben hast, also immer die neueste Version. Dann eben 15% Rabatt auf die Frequenzen, auf alle Frequenzen und auf die Live-Seminare im Shop. Dann nur als Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel 5 Frequenzen gekauft hast und du warst noch kein Silber- oder Gold-Member. Und du hast es 5 oder sagen wir mal 10 Frequenzen gekauft und dann gibt es schon 3 Updates von diesen Frequenzen. Dann unmittelbar nachdem du das gekauft hast, werden dir in den Downloads, also du loggst dich ganz normal in den Downloads ein, dann wirst du sehen, dass dort drin auf einmal alles, was du gekauft hast, auf die aktuellste Version abgeteilt wird und du hast alle Downloads zur Verfügung. Das heißt, auch wenn du vorher nicht Silber- oder Gold-Member warst und schon was gekauft hast, aber danach Silber- oder Gold-Member wirst, dann wirst du automatisch alles, was du bis sie gekauft hast, immer sofort die neueste Version bekommen. Gut, es gibt übrigens, seit heute gibt es ein paar Änderungen, also früher gab es monatliche Gutscheine, die gibt es halt nicht mehr, dafür wurden die Rabatte erhöht, also die Silber-Member hatten früher 10%, jetzt 15%, beim Upgrade 30%, bei den Gold-Member, und die hatten früher 20% Rabatt für die Frequenzen, jetzt statt 20% dafür 30% Rabatt und bei den Gold-Member, wenn die verlängern möchten oder downgraden möchten auf Silber-Member, bekommen die 50% Rabatt. Also ein sehr, sehr faires Angebot, finde ich. Und wie gesagt, bei beiden ist es kein Abosystem, das ist einfach nur ein Paket, das du für einen gewissen Zeitraum kaufst und in diesem Zeitraum kriegst du einfach diese Grundrabatte und die werden dir dann auch angezeigt. Was ist noch wichtig zu wissen? Und zwar, wenn ein Update kommt, wirst du dann per E-Mail informiert oder du gehst regelmäßig auf die Webseite ganz unten und scrollst drunter in den Bereich bei Shop-Service im Footer unten im Shop und dort gibt es den Bereich geplante Frequenz-Upgrades. Und da siehst du halt alles, was gerade geplant wird und was schon upgedatet wurde, wann was upgedatet wurde oder halt in der jeweiligen Frequenz, wenn du im Reiter Version draufklickst, dann wirst du sehen, wann welche Version online gekommen ist. Gut, springen wir noch kurz rüber zu den Gold-Membern. Zack. So, die Gold-Member, die bekommen, wie gesagt, habe ich schon erwähnt, statt früher 20% Rabatt, jetzt 30% Fix-Rabatt auf Seminare und auf alle Frequenzen im Shop. Und falls man das Gold-Member verlängern möchte und wichtig ist, bei der Verlängerung dieser Gutscheine gilt nur, wenn du noch Gold-Member bist oder Silber-Member bist. Das heißt, wenn dieses Paket ausläuft, da steht auch das Datum drauf, und du bist nicht mehr Silber- oder Gold-Member, dann wird dieser Gutscheine-Code für die Verlängerung natürlich nicht mehr gelten, weil dieser gilt nur, wenn man schon Silber- oder Gold-Member ist, dass man dann mit dem verlängern kann. Das könnte man einfach an irgendwelche Freunde weiterleiten und so. Gut, also nochmal wichtig, falls du verlängern möchtest, dann schau, dass du es verlängerst in den Zeitraum, wo du noch Silber- oder Gold-Member bist, dann wird dieser Verlängerungs-Gutschein, also in dem Fall 50% Rabatt bei Gold-Membern und 30% Rabatt bei Silber-Membern, aktiv und gültig sein. Dann bekommst du noch einen zusätzlichen Member-Bereich im Shop, und so, wenn du ganz oben als Gold-Member in Bonus reingest und in den Gold-Member-Bereich klickst, dort findest du ganz spezielle Frequenzen, welche nur für Gold-Member verfügbar sind. Da kommen auch regelmäßig neue hinzu. Also du kriegst sozusagen einfach Frequenzen komplett geschenkt. Dann, was hast du noch für Vorteile? Eben 30% für die Live-Seminare, dann kriegst du als Gold-Member per Mail einfach zusätzliche Sonderrabatte, einfach Gutscheine für was auch immer. Wenn zum Beispiel jetzt irgendwelche speziellen Aktionen sind, da kriegst du einfach einen größeren Gutschein oder einfach grundsätzlich einen Gutschein, wo andere keine Gutscheine bekommen. Gut, und bei Gold-Member gilt dasselbe, dass wenn du schon einfach irgendwelche Frequenzen gekauft hast ohne Membership und du wirst Gold-Member, dann wird alles, was du bisher gekauft hast, auf der aktuellste Version abgedattet. Und wenn du dich im Shop einloggst, dann auf Übersicht gehst und dort in den Downloads reinschaust, dann wirst du einfach sehen, dass alles, was du bisher gekauft hast, jetzt zum Download verfügbar ist. Und das ist dann immer die aktuellste Version. Und viele fragen mich immer ab, wie viel zahlt sich das Gold-Membership aus? Du kannst immer so davon ausgehen, wenn du 5 oder 10 Frequenzen schon gekauft hast in diesem Rahmen, dann macht das schon Sinn, dass du auf Gold-Member umsteckst, weil diese Frequenzen dann immer abgedattet werden und gleichzeitig eben zeigt das ja auch, dass du jemand bist, der schon viel kauft und hättest du dir zum Beispiel jetzt 20 Frequenzen gekauft, dann hättest du mit oder 10 Frequenzen, dann hättest du mit dem 30% Rabatt ja schon dein komplettes Membership geschenkt bekommen, ja sozusagen, ja. Und somit macht das natürlich dann so Sinn, ja. Ja, und das Gold-Membership ist genauso auch kein Abosystem, sondern einfach nur ein Paket, das du halt kaufst und du hast dann die Möglichkeit, wenn es dann ausläuft, dass du einfach dir nochmal ein Paket kaufst mit der jeweiligen Laufzeit. Beim Gold-Membership gibt es genauso 12 Monate, 24 oder 48 Monate vorerst, vielleicht würde ich das mal erweitern. Und ja, du kannst dann einfach das Paket kaufen und in diesem Rahmen, wenn du das gekauft hast, dann dauert das ein bisschen und dann wirst du oben sehen, dass du Gold-Member bist, das wird dein Gold leuchten und dann weißt du, dass dann sozusagen für dich im Shop alles rabattiert ist und du siehst dann auch neben den Preisen deinen Rabatt angezeigt. Gut, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen und einfach alles zum Thema Silber- und Gold-Membership dir aufklären und wünsche dir noch viel Freude und bis bald. Bis bald, bis bald, bis bald, bis bald, bis bald.